Kommst du, Yoko? Und warum sagst du einfach nur so, kommst du, Yoko? Kann ich dir vertrauen? Warum sagst du, ne? Ja, einfach nur so sparen und tan so, kommst du, Yoko? Weißt du? Wie trau ich Torben? Ne, Joko. Surprise, motherfucker! Oh, shit! Okay, Torben wird auch in der Sendung. Warte, warte, warte! Du Arschloch! Oh Mann, bist du Traitor, oder? Oh mein Gott! Was hast du dazu zu sagen? Ja, da hinten ist irgendjemand. Ich bin auch fast abgeknallt worden. Ja, geh mal vor! Ja, okay. Der bringt dich gleich um. Natürlich bringt der mich gleich um. Ja, weil der guckt sich bestimmt die Leichen an. Der guckt sich bestimmt an, wo richtig getötet worden sind. It was at this moment that Nathan knew. He fucked up. Don't trust him! Don't trust this guy! Fuck it right in a pussy! Oh, ich bin tot! Oh, ich bin tot! Die ist in dem Kopf! Meinst du, das bedeutet ein Terrorist? In dem Falle? Oder wie? Oder Traitor? Ich glaube, das ist ein Traitor! Alleine ab?! Wer denn? Wie heißt er? Dieser Exo-Typ. Hey, hey, geh weg Exo! Hallo! Geh weg! Hi! Der Penner hat mich erschossen! Katze ist der Traitor. Ich will nicht mit dir alleine in diesem Raum sein. Ja, warum guckt mich Manu? Warum zählt Manu die ganze Zeit auf mich? Weißt du? Ich trau dir nicht, Digga. Ich kenn dich. Du fällst mir immer den Rücken. Bei jedem Spiel. Fick dich. Ingeben gesagt, weil das scheiß ich drauf. Auf wen ballert ihr jetzt? Auf Mike. Du Ficker! Du Ficker! Joko, du bist so ein Wichser, ne? Scheiße, ich wusste... Ja, Mike und ich waren Wichsums. Was hab ich eben gesagt? Was hab ich eben gesagt? Du bist immer der Ficker, der mir den Rücken fällt. Ich trau dir nicht, Digga. Ich kenn dich. Du fällst mir immer den Rücken. Bei jedem Spiel. Ja, wollen wir ihn dann erschießen? Schau dir. Okay, komm. War der Traitor? Identifien. Äh, wie macht man das? Weiß ich nicht. Äh, war innocent. Du kannst es sehen? Waren beide innocent haben... Oh shit, ey, wer ballert hier. Wer ballert hier. Nein, ich bin tot. Gut. Good job, Tom. Du bist... Ihr seid... Ihr seid so Fotzen, ey. Ihr seid solche dreckigen Wichser. Du, ich leere dich wie ein Mann. Komm her! Bist du nur ein Mann oder eine Maus? Komm her, ich mach dich fertig. Tom! Wuuuuh! Ich fühl mich wie Like Jagger, ey. Liege am Boden. Nicht fair. Na dann! Er entscheidet für sich, er entscheidet für sich. Du hast noch dumm. Gib ihm, gib ihm alles was du hast. Oh shit. Das war richtig so ein Bud-Heap, Alter. Für die Mucke.